Ich gratuliere Ihnen, Herr Schmidt. Ich gratuliere Ihnen, Herr Schmidt. Ist diese Bewerbung für einen neuen Job? Woran denken Sie, wenn Ihre Kollegen sich beschweren? Wonach suchst du im Internet? Willkommen Sie, Herr Schmidt. Du einreichst alles. Ich reiche die Bewerbung und einen Brief ein. Wir gratulieren Ihnen. Sie haben den Job bekommen. Suchst du? Nach einem neuen guten neuen Ich denke an einen großen Bauernhof. Ich habe viele Stärken. Ich kann nur an einem Wochentag arbeiten. Ich kann nur an einem Wochentag arbeiten. Das Vorstellungsgespräch ist morgen um 10 Uhr. Das Vorstellungsgespräch ist morgen um 10 Uhr. Jahrhundert und Jahrhundert und Jahrhundert Das Vorstellungsgespräch ist morgen um 10 Uhr. Aber Sie haben einen diesen Hut tragen. Das Vorstellungsgespräch ist morgen um 10 Uhr.